In dieser Ask the Punk Show geht es um den Nordkorea-Konflikt, es geht um die Rekordablösesummen von Fußballern und es geht um den Bereich Konsum. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Mainzer Bub fragt. Hallo Gerald, mir brennt eine Frage unter den Nägeln, da ich deine Meinung sehr schätze. Wie sind deine Gedanken zur derzeitigen Nordkorea-Krise mit den USA? Siehst du es eher als eine vorübergehende Kampagne oder siehst du darin eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Welt? Ein nuklearer Zusammenstoß kann doch beim besten Willen nicht im Interesse der beiden Nationen sein. Es wird keinen Gewinner geben. Wie siehst du das? Also Mainzer Bub, die Frage ist sehr gut und sehr berechtigt. Einerseits muss man sagen, dass es eigentlich beschämend ist, dass im Jahr 2017 wieder das Wort Atomkrieg überhaupt in den Mund genommen wird und gegoogelt wird. Also wir waren schon in einer Zeit, wo das irgendwie der Vergangenheit angehört hat, der kalte Krieg und alles und jetzt kommt das Ganze wieder herauf. Und das Problem sind natürlich zwei Dinge. Auf der einen Seite ist der Kim Jong-un, der als Diktator de facto die Atomraketen haben will, für sein Prestige, aber vermutlich auch für sein Überleben. Wenn er eine Atommacht ist, wird sich niemand mehr trauen, ihn de facto zu stürzen. Während ihr eben in der Vergangenheit gesehen habt, dass Diktatoren wie der Assad oder der Gaddafi oder der Saddam Hussein in große Probleme gekommen sind, teilweise auch, wo andere Nationen mitgeholfen haben, wegen dem Aufstand vielleicht zu beschleunigen oder ähnliches. Und der Kim Jong-un ist eigentlich ein machtbesessener, brutaler Diktator, der mit aller Macht sein Schreckensregime fortführen will und seine de facto Ein-Mann-Diktatur und seinen Ein-Mann-Gottesstaat, wo er der Gott ist, de facto umsetzen will. Und so grausam das klingt, so teilweise berechenbar ist es auch, weil der Herr ist trotz einem, er ist trotz seines Alters, scheint er nicht ganz dumm zu sein. Auf der anderen Seite sitzt in Amerika ein Präsident, der sicherlich Politik manchmal mit Relative TV verwechselt, der auch sicherlich ein sehr großes Ego hat und Amerika ist es zusätzlich nicht gewohnt, von irgendwelchen Nationen mit Atomwaffen bedroht zu werden. Da regiert Amerika, demnach mal, sehr, sehr hellhörig und kritisch. Jetzt muss man Folgendes dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich überhaupt zu einem Krieg kommt oder gar zu einem Atomkrieg, ist sehr, sehr, sehr gering, weil niemand hat was davon. Der Kim Jong-un weiß, wenn er einen Krieg zieht, ist ein Regime vorbei. Und der Donald Trump weiß, wenn er de facto einen Krieg beginnt, wird es zumindest in Südkorea viele Leiden, viele Verletzte, viele Tote geben und die amerikanische Bevölkerung steht sicherlich nicht dahinter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mal so etwas passiert, ist reichlich gering. Sie ist allerdings auch nicht null. Es gibt nämlich zwei Dinge, die nicht ungefährlich sind. Das eine ist, der Kim Jong-un steht mir rückend zur Wand, entweder weil er intern irgendwie nicht mehr sicher ist oder weil die Sanktionen eben am Ende, wenn wir es mal so den Geldhahn abschneiden, dass er einfach das Land nicht mehr ernähren kann und seine Luxusgelüste mehr erfüllen kann. Dann kann es natürlich sein, dass er in der Not debaktonarisch wird und dann zu Mitteln wie eben auch Waffengewalt greift. Dasselbe kann es sein, wenn die Amerikaner den Trump impeachen wollen, also das Amt des Vertreiben wollen und er macht ja viele Anstalten dazu, dass er den amerikanischen Kongress immer einfacher macht, siehe jetzt auch seine ganzen fehlgeleiteten Aussagen bezüglich des Events in Charlottville. Und das bedeutet zwangsläufig, wenn der Trump mit dem Rücken zur Wand steht, kann er sich genauso wie damals die Margaret Thatcher vielleicht zu Hilfe rufen, dass er sagt, okay, ich fange einen Krieg an, da müssen alle Amerikaner hinter mir stehen, wird auch kurzfristig der Fall sein, der Kim Jong-un ist der Böse und kommt so vielleicht in ein kriegerisches Szenario. Das ist mal so die Basis. Das heißt, man kann eines sagen, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich. Dann der nächste Schritt ist, das zweite, was auch noch passieren kann, was auch nicht ganz ungefährlich ist, wenn es per Zufall irgendwas passiert, wenn beispielsweise angenommen von der Kim Jong-un würde eine Rakete in Richtung Guam abfahren, mit dem Ziel, dass es im Wasser landet. Was ja grundsätzlich noch keine formale Kriegserklärung oder keine Attacke ist. Es ist eine Drohung, es ist eine Provokation, aber es ist keine Attacke, wenn es in internationalen Gewässern landet. Auf der anderen Seite, vielleicht trifft die Rakete nicht genau und landet dann ein Guam in der Hauptstadt. Da muss zwangsläufig Amerika darauf antworten. Das heißt, blöde Zufälle, dass irgendwelche Dinge nicht funktionieren, dass Kommunikationskanäle, Schieflauf und ähnliches können ebenfalls zu einem Konflikt führen. Und dann, wenn ein Konflikt kommt, kommt es sich darauf an, wie sich die entwickelt. Wenn die eine Möglichkeit ist, dass das Ganze relativ schnell beendet ist, das Regime kollabiert in Pyongyang und die Sache relativ rasch finie ist. Und dass sich vielleicht auch China und Russland nicht allzu viel einmischen. Und vielleicht wird der Kim Jong-un sicherlich mit Notwehr etwas Schaden in Seoul anrichten. Allerdings, es weiß niemand, wie gut seine Waffen sind. Es weiß niemand, wie loyal seine Armee ist und vieles mehr. Das heißt, da sind natürlich auch viel Show- und Drohgebärde dabei. Die Frage ist immer, treffen die Raketen oder schafft die Artillerie das, was sie sagt, sie kann. Das heißt, da kann viel passieren. Allerdings ist es natürlich auch nicht ungefährlich, weil wenn tatsächlich beispielsweise im Kriegsfall der Kim Jong-un es schafft, größere Zerstörungen in Seoul einzurichten und vielleicht sich dann auch China und Russland an kriegerischen Auseinandersetzungen in irgendeiner Weise beteiligt, dann könnte die Sache schon kritisch werden. Und ich glaube, auch darum ist wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass ein globaler Konflikt entsteht, wieder wieder sehr gering. Aber er ist nicht Null. Es ist de facto eben wie ein Zusammenstoß eines Flugzeuges oder einem Flugzeugabsturz. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug absturzt, ist sehr, sehr gering. Es ist eine Verkettung, wenn man es mal von negativ und unwahrscheinlichen Umständen, die aber dann trotzdem eintritt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Flugzeuge kollidieren, ist noch viel geringer. Weil da muss noch viel mehr negative Dinge zusammenkommen. Aber es ist, wie gesagt, nicht unmöglich. Und Tatsache ist sicherlich, dass die Welt heute deutlich gespaltener ist als früher. Das hat man ja auch gesehen, der amerikanische Kongress mit den Sanktionen gegen Russland, das war ja fast ein Afro. Ich glaube 421 zu 3 sind sie beschlossen worden. Das heißt, es war ganz klar, Amerika will mit Russland nicht wirklich eine gute Gesprächsbasis haben. Auch zwischen Amerika und China ist das Verhältnis ambivalent. Das heißt, die Zeiten, wo die Weltgemeinschaft zusammengewirkt hat bei großen Krisen, ist derzeit sicherlich nicht gegeben, was auch die Gefahr erhöht, dass irgendetwas passiert. Eines vielleicht noch zum Abschluss. Die Kombination von einer kriegerischen Auseinandersetzung, die vermutlich sogar lokal begrenzt ist am Anfang, kombiniert wird aus irgendeinem Grund einer schweren Finanzkrise, wo die Börsen, die Immobilienmärkte und alles kollabieren. Und gleichzeitig sowohl, was die Krisenbewältigung im militärischen Sinne, als auch was die Finanzkrise betrifft, die Staaten nicht zusammenhalten mit 2008. Das könnte tatsächlich letal sein und da wäre sogar die Gefahr eines dritten Weltkriegs relativ groß. Janni Ahrens fragt. Hallo Gerald, was denkst du, wie sich der Markt im Sport, speziell Fußball, in Zukunft entwickeln wird? Mittlerweile zahlt man für einen Spieler 222 Millionen Euro. Wie partizipiert man am besten an der aktuellen Entwicklung? Und bildet sich nicht eine Blase, die irgendwann platzen wird? Liebe Grüße, Janni Ahrens. Hallo Janni, die Frage ist durchaus berechtigt bei 220 Millionen Ablösesumme. Aber ich halte diese Summen, es wird noch mehr werden. Weil der Sport war schon immer ein Bereich, genauso wie die Kunst, die funktioniert aber nach dem Winner Takes It All Prinzip. Der Gewinner, der die größte Reichweite hat, beim besten Fußball spielen kann, die bekannteste Marke, der coolste Typ ist, der einen großen Teil des Kuchens bekommt, der zweite hat noch ein bisschen was bekommen, der dritte und der Rest relativ wenig. In Zeiten, wo die gesamte Weltwirtschaft durch die digitale Ökonomie Richtung Winner Takes It All geht, ist natürlich klar, dass in den Branchen, wo sie schon lange existiert hat, wie eben beispielsweise im Sport, Winner Takes It All immer extremere Ausnahmasse annehmen. Und das ist nicht nur im Fußball so, das ist genauso im amerikanischen Baseball so und das ist ja bei der Formel 1 so und in vielen anderen Bereichen. Und dadurch, dass, nehmen wir es mal doch, Fußball nachher auch andere Sportarten teilweise eben enorme Reichweite haben, wo Konzerne auch ihre Produkte global vermarkten können, daher auch viel Werbegeld hineinfließt, plus viele reiche oder super reiche Leute der Welt sich Sportvereine, nehmen wir es mal als Hobby, sehen und diese entsprechend sponsern. Das ist ja so, dass auch viel Geld hineinfließt, was jetzt nicht profitabel und angelegt ist und was einfach das Hobby von Oligarchen und Scheichs und Multimilitären ist, die zu viel Geld haben. Da ist ganz klar, dass das Zenit noch nicht erreicht ist. Und alle Trends deuten darauf hin, dass das noch extremer wird, sowohl die Ökonomie, winner takes it all, als auch die Tatsache, dass es immer mehr super, super Rich gibt, also Leute, die für eine Golfstream als Kunde in Frage kommen, oder für einen Airbus, und die halt nicht nur eine Milliarde haben, sondern sogar Multimilliardenvermögen und wo halt auch mal 200 Millionen für einen Spieler zu zahlen, der sich vielleicht sogar rechnet dann durch die Werbung, kann nämlich auch durchaus sein, gar nicht mal so viel Geld ist. Manu fragt, wenn man nur Vermögenswerte kaufen würde, würden einerseits die Preise von Vermögenswerten noch verrücktere Höhen haben, als sie heute schon haben, und andererseits hätte unsere Wirtschaft, die ja durchaus konsumunschuldengetrieben ist, irgendwann ein Problem mit dem Wirtschaftswachstum. Irgendjemand muss auch die neuen Autos kaufen, dass ich mir einen gebrauchten kaufen kann. Vollkommen richtig. Und Tatsache ist, dass es in den letzten Jahren, vor allem in Amerika oder auch in England, aber natürlich immer mehr auch in Kontinentaleuropa, eben der Konsum immer mehr die Wirtschaft treibt. Buy now, pay later. Und das Geld wird de facto durch die Zentralbank gedruckt, und so werden die Schulden sowohl für den Staat, als auch für den Einzelnen natürlich erträglicher, weil sie natürlich durch die laufende Inflation in irgendeiner Weise entwertet werden. Und Tatsache ist natürlich, dass das, was ich dem Menschen rate, keine Konsumschulden, kein Eigenheim auf Pump und ähnliches, dass das natürlich für den Einzelnen ein guter Weg ist, eben nicht in die finanzielle Falle zu geraten, sondern in die finanzielle Sklaverei, die Schulden unweigerlich mit sich bringen, aber es würde sicherlich die gesamte Wirtschaft deutlich verändern. Was man aber auch noch dazu sagen muss, was in unserer Wirtschaft noch etwas fehlt, ist nämlich die Bewertung von Dingen wie beispielsweise eines guten Ausbildungssystems, von Sicherheit, von sauberer Luft, von Umweltschutz und ähnlichen. Unsere Wirtschaft und auch das Bruttonationalprodukt ist derzeit nach wie vor sehr getrieben eben vom Konsum. Je mehr konsumiert wird, desto höher ist das Wirtschaftswachstum. Im Extremfall vielleicht ein Beispiel, dadurch, dass man heute fürs Pissen gehen, also fürs WC gehen auf einer Autobahnraststation, am Flughafen Geld bezahlen muss, ist jedes Mal, wenn jemand die Notdurft verrichtet, erhöht sich das Bruttonationalprodukt. Auf der anderen Seite, wenn jemand die Luft verpestet oder, nehmen wir jetzt mal etwas zu, dass die Luft sauber wird, erhöht sich nicht notwendigerweise das Bruttonationalprodukt. Und hier wäre es sicherlich mittelfristig angebracht, auch andere Maßstäbe von Wirtschaftswachstum zu nehmen, vor allem deswegen, weil viele ökonomische Güter, die heute auch produziert werden, teilweise sogar kostenlos, wie YouTube-Videos und ähnliches, eben in den klassischen ökonomischen Rechnungen nicht berücksichtigt werden. Und dazu zählen auch sehr, sehr viele Dinge, die für unsere Lebensqualität absolut essentiell sind. Das heißt, du hast heute ein bisschen das Thema, dass die Wirtschaft, oder die Maßzahlen der Wirtschaft noch im vorigen Jahrhundert sind, während sicherlich das, was auch die Bevölkerung braucht und sucht und was notwendig ist, dass wir überleben und dass wir de facto weiterhin ein angenehmes Umfeld haben, oft wirtschaftlich falsch oder gar nicht bewertet wird. Und es ist sicherlich so, dass um wirklich gute Schulen, Sicherheit und eine saubere Umwelt wirklich mehr wert sind, als irgendein großes Luxusauto und irgendeine Yacht oder sonstige Konsumgüter, die heute ohne diese Massen produziert werden. Aber es ist ganz klar, solange es hier noch nicht ein wirklich großes Umdenken auf globaler Basis gibt, würden die Leute nicht mehr so viel konsumieren, würde in unserer Wirtschaft kollabieren. Wenn dir diese Ars the Punk schon gefallen hat, hinterlass bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen erfahren willst, findest du das auf meiner Homepage www.investmentpunk.academy Ich wünsche dir alles Gute und sehr viel Erfolg.